Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt und ich zeige Ihnen heute eine Garnitur von Wieschelig namens 29856, eine Variante der Garnitur Gala als zweiteilige Kombination mit überbreitem Longchair in Longlife-Leder Z6294, 2,88 m breit. Eine tolle Garnitur, kubisch angelegt mit Federkern im Sitz, mit Nossackunterfederung, also eher mittelfest, mit Kontrastnaht. Die Kontrastnaht betont die Linienführung, sehr schön, pflegelechtes Leder, ideal für Familien geeignet, leichte Wölkung, sodass es natürlich aussieht, ein sehr langes und sehr breites Longchair zum Lieben. Das Ganze macht einen sehr soliden Eindruck von der Qualität. Sitzkomfort ist gut, es ist keine Lümel-Garnitur. Sie haben hier nicht mehr Sitztiefe, Sie können das nicht verstellen, aber Sie haben die Möglichkeit hier Kopfstützen anzubringen, wie diese hier, die ist im Preis bei uns nicht drin, und haben dann Hochlenkkomfort. Klassisch-Kubisch, Sie brauchen etwas Platz, 2,80 m haben nicht alle, aber Sie haben Platz für eine ganze Familie. Pflegeleicht, also wenn Sie eine Familie mit zwei Kindern sind oder mit einem Kind, ist das eine schöne Gruppe zum Leben drauf. Grafitfarbe, okay, passt eher in die kühle Farbwelt, kann man aber auch durch den leichten Grünstich zu Holz sehen. Gala-Variante von Willi Schillig, jetzt Advertising bei profischnapp.de, dieses Stück zum Schnapp-Zugpreis, das ist die Hausmesse-Garnitur von Willi Schillig, die stand in der Hausaufstellung und ist deshalb wesentlich günstiger bei uns profischnapp.de zu haben. Online-Klick machen oder offline zu uns kommen nach 72186 Impfingen, 50 km südlich Stuttgart, ich freue mich auf Ihren Besuch, Ihr Lutz Reinhardt und Tschüss!